So liebe Leute, willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Europa Universal ist viel. Wir machen mal kurz einen Überblick. Es ist nämlich 1490. Die Entdeckung der neuen Welt sollte eigentlich auch jetzt so langsam zu sich kommen. Schauen wir mal kurz in Europa. Ich sehe mal hier kurz durch Portugal, England und Kastilien im Bündnis. Da hat sich nicht viel verändert. Kastilien hat die iberische Hochzeit schon vollzogen. Dann mit Aragon und Neapel im Bündnis England. Schottland sieht noch entspannt aus. Hat sogar noch Ländereien, sich sogar noch, wenn mich nicht alles täuscht, vergrößert. Oder haben die von Anfang an Armaniak von Frankreich. Okay, Frankreich ein bisschen Probleme mit seinen Rebellen. Hatten ja schon einen Krieg gegen den Kaiser. Österreich, gut, das habt ihr alles mitverfolgt. Wie stark sie gewachsen sind. Momentan im Frieden. Flandern hat einen Krieg, sehe ich. Gegen Brabant und Werden. Münster, wir könnten ja, wir hatten ja im letzten Krieg noch Memmingen mit dabei. Man könnte vielleicht schauen, ob man Münster mal mit reinnimmt. Ja, wäre möglich. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir ein bisschen mit Köln dann doch eher. Wir bauen mal bei Köln die Beziehungen auf. Wir können das Bündnis auch gleich eingehen. Oh, oh. Die haben nur ein Bündnis. Das ist ein bisschen schwach. Das ist ein bisschen schwach. Wir hätten ganz gerne einen, der uns gegen die Pfalz hilft. Was sind denn die Pfalz, ihre Rivalen? Lothringen, Nürnberg, Rottenburg. Das ist überschaubar. Das ist überschaubar. Hier ist Lothringen. Lothringsbündnisse sind Baden und Nassau. Gut, das ist eine Grafschaft. Wir machen mal hier Beziehungen verbessern in Lothringen. Dann nehmen wir Lothringen und verabschieden uns dann von Memmingen. So, wir müssen die Provinz Wallstetten noch korren. Die haben wir uns in der letzten Folge geholt. Unsere Armee bringen wir mal nach Hause. Wir brauchen ja ein bisschen Rekrutenreserve. Das baut sich ja ganz gut auf, wenn sie in der Hauptstadt stehen oder verbrauchen sie nichts. So. Wir haben Geld, Prestige oder noch mehr Prestige. Dann nehmen wir doch noch mehr Prestige. Ansonsten mit unseren Bündnissen hier. Das hat sich aufgelöst. In Memmingen haben wir noch drin. Ich lasse mal in Memmingen noch einen kurzen Zeitraum drin. Es stört mich noch gar nicht, dass wir jetzt ein mehr haben. Vor allem ein mehr, wo wir auch gute Beziehungen aufgebaut haben. Ich weiß nicht. Vielleicht brauche man es. Ne, hat sie auch erledigt. Ne, können wir auflösen. Ich dachte, wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr wie 10 Gefährlichkeiten hätten, hätte man sie nochmal mitnehmen können in den Krieg. Ne, ne, das hat sich erledigt. So. Ja, wir zahlen für den nächsten Berater oder Diplomaten. Den kriegen wir über die Ideen. Schauen wir doch mal. So, das sieht doch ganz schick aus. Jetzt geben wir wieder 10 Prestige ab. Ah, kein Problem. So, hier bauen wir auf. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir Ansprüche haben. Oh Gott, für ganz, für das ganze Frankenland haben wir Ansprüche. Was wir dann noch machen könnten, ist vielleicht, soll man dann schnell mal Passau integrieren, wenn sie es jetzt anbietet. Machen wir, oder? Wir sind momentan sowieso schlecht aufgestellt, was Beziehungen angeht, durch die aggressive Expansion. Nehmen wir es doch gerade mit, 1491 ist das Ganze fertig. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, mein Herzog. Der Kaiser hat uns die Ehre erwiesen, den nächsten Reichstag in unserem Land auszurichten. Das wird unser Prestige im Reich steigern. Das kriegen wir recht häufig. Liegt wahrscheinlich an der guten Beziehung mit Österreich. Ja, die Wittelsbacher. Das wird noch spannend. Wer hat gesagt, es gibt auch noch einen PU-Kriegsgrund mit Österreich. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Jetzt haben wir ja noch einen mit der Pfalz. Der hält ja noch bis Anno Domine. Ne, wir haben den. Wir müssen bei uns gucken. Hier, Wiedereinrichtung der Union gegen Pfalz. Sie sind an unsere Personalien abgefallen. Bayern kann dies als Rechtfertigung für eine Kriegserklärung an Pfalz verwenden. Endet 1596. Also, oh, da müssen wir aber wirklich zeitnah ran. Wir sollten jetzt alles mal darauf setzen, das wirklich durchzudrücken. Ansbach, Mainz, Trier und Würzburg. Ich glaube, wenn wir einen Krieg führen gegen Ansbach, dass die Pfälze auch, ich weiß nicht, wie lang der Frieden dann ist mit der Pfalz. Wir müssen gucken, dass wir das jetzt wirklich zeitnah machen. Pfalz, seine Bündnisse. Ist sehr umfangreich, wenn man das so mal sich anschaut. Sogar noch eine Staatsehe haben sie mit Mühlhausen. Trier, Mainz, Würzburg. Vielleicht nehmen wir noch einen Rivalen von der Pfalz mit ins Boot. Wie wäre es denn mit Nürnberg? Nürnberg. Wenn sie sich doch, vielleicht machen sie ja mit. Na, oh, nee. Nürnbergs Meinung ist so schlecht von uns, ja. Gucken wir noch mal. Lothringen haben wir. Nürnberg. Rotenburg. Das gute Rotenburg. Das war hier, habe ich gesagt. Find mal alles, ne? Find mal alle. Mühlhausen. Heißt das nicht Rotenburg ob der Tauber? Heißt das nicht so? Ja, ich bin komplett verstrahlt. Und das sagt man, Rotenburg ob der Tauber ist doch. Würde ich jetzt hier in Baden-Württemberg ansetzen. Aber gut, vielleicht ist es das doch nicht. Wo bist du? Da ist es. Passt das Heidelberg, Rotenburg? Ja, passt ungefähr. Ja, kann sein, ja. Gut. Da gibt es auch ein ganz, ganz berühmtes Foltermuseum. Alter, noch eine Reichsreform. Das geht wirklich zügig, ne? Ihr habt recht. Das geht wirklich zügig mit dem Kaiser. Aha. Das geht wirklich Schlag auf Schlag. Ja, kommt ja. Es ist ja noch Zeit, die Reformation kommt ja noch. Die wird das Ganze natürlich auch noch ein bisschen verlangsamen. Interessant. Wirklich interessant, wie schnell die das sehen. Das macht die KI schon. Hat schon vier Reformen. Normalerweise schafft die KI, wenn es gut läuft, zwei. Wenn es gut läuft, schafft die KI zwei. Als Spieler schafft man auch maximal zwei. Also ich glaube noch nie drei. Ich habe auch schon sehr häufig gespielt Österreich vor diesem Patch. Also da muss es schon brutal gut laufen. Da muss man viel Land haben, was man dem Reich hinzufügen kann. Idealerweise über die Gebiete von Polen, Litauen, um wirklich so viel Autorität zu haben. Und dann muss natürlich Burgund an dich fallen und den Krieg oben im Dänemark musst du auch haben. Und das vielleicht sogar noch das Schattenkönigreich drin behalten. Als dass du dann vielleicht zwei, maximal drei Reformen vor der Reformation zusammenkriegst. Aber gut, ich bin auch kein Profi, also kein Hardliner, ganz klar. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon sehr auffällig. Gut, beobachten wir weiter. Spannend ist es ja, definitiv. So, macht das Reich natürlich jetzt an und für sich ein bisschen stärker. Aber auch die Basalen, auch Österreich macht es stärker, wenn ich es schon sehe. So, da haben wir es durch. Die müssen wir leider entfernen. Ich muss mich kurz räuspern. Jetzt noch einen aus der Kolonie behalte ich hier. Ansonsten brauchen wir eigentlich noch eine Kanone. Also, dass wir zwei Kanonen haben. Da muss ich wirklich ein bisschen mehr aufpassen mit meiner Rekrutenreserve. Da gehe ich zu schlampig um, jetzt im Early Game. Das ist ein bisschen zu schlampig. Brandenburg wäre nicht schlecht. Haben wir auch. Die dürften mal mithelfen. So, ein bisschen Geld haben wir. Das würde ich vielleicht dann doch investieren mal. Da haben wir auch neue Ausbaufunktionen. Manufakturen. Ja, die ganze Palette an Manufakturen. Befestigungsmauern. Aha. Kannst du nochmal, besondere Punkte kannst du nochmal verbessern. Finde ich geil. Also, anstatt einer Manufaktur kannst du hier nochmal eine Befestigungsmauern. Finde ich super aufsetzen. Verteidigungsfähigkeit lokal. Zwangsrekrutierungsämter. Anstieg der Seemannstärke plus 250. Mhm. Regierungssitz. Minimale Autonomie. Habe ich, sehe ich nicht den Vorteil. Soldatenhaushalte. Ja, das finde ich gut. Und Schmelzofen. Ja. Okay. Gut, haben wir das auch ausgebaut. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin mit der Pfalz? Oder sollen wir es über einen Umweg machen? Also, der Umweg wäre Ansbach. Einfach ein Krieg gegen Ansbach. Ansbach, da ist die Pfalz mit drin. Der ist klein, kompakt. Und dann nochmal die Pfalz in den PU. Aber, ich weiß nicht. Das sind jetzt acht und dann sechs Jahre. Ich weiß es nicht. Wenn man ihnen dann... Ich weiß nicht, wie die Friedensverträge... Oder die Länge des Waffenstillstandes, wie der berechnet wird. Ich weiß es nicht auswendig. Ich würde mal grundsätzlich bei einem normalen Krieg davon ausgehen, zehn Jahre. Wenn man Land erobert. Wenn wir aber ihre Bündnisse noch mit auflösen. Ähm, also der Pfalz. Wenn ich jetzt so sie einfach rausnehme, kann es auch sein, dass es bloß fünf Jahre geht. Der Waffenstillstand. Wenn ich ihre Bündnisse aber auflöse, zum Teil. Weiß ich nicht, ob das so prickelnd ist. Wir nehmen das eine Bündnis mit Rotenburg noch mit. Vielleicht kriegen wir sie ja in einen... In einen Krieg mit rein. Schauen wir mal. Einfach, weil sie... Weil sie Rivale sind. Goslers Meinung interessiert mich nicht. Und Händler kann ich mir nicht leisten. Okay. Ja, spannend. Ja, Handelsmacht von Österreich ständig. Kriegen wir dadurch negativen Malus? Nö. Gut, wir haben jetzt die durch die Annexion von Passau einen kleinen Malus bekommen. Was wir da noch machen sollten, ist vielleicht mal Provinzen in Böhmen beanspruchen. Das denke ich, macht auch nochmal Sinn. Ja, kurz warten wir. Allein wegen der Rekrutenreserve. Die müssen wir uns schon... Da brauchen wir ein bisschen was. Wir können aber ab und zu mal reinschauen, wer so bei uns mitmacht. Vielleicht kommen wir ja in dieses... In dieses glückliche Verhältnis, dass vielleicht die Pfalz... Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich muss sowieso aufpassen. Ich kann jetzt nicht gleich Krieg führen. Insbesondere, weil wir noch so viel aggressive Expansion haben. Dass wir das wahrscheinlich hier, diesen Krieg, eh ein bisschen nach hinten schieben müssen. So kurz vor Finale, wenn sie 1506 abläuft, dass wir vielleicht 1504 das machen. Ja, müssen wir so. Wie gesagt, ich traue mich jetzt nicht, diesen Parallelkrieg... Oder diesen Krieg gegen Ansbach zuvor zu machen, um die Pfälzer Bündnisse aufzulösen. Weil ich dann glaube, dass vielleicht die Waffenruhe über diesen Kriegsgrund hinausgehen würde. Dann nehme ich doch lieber die Option, dass wir gegen ein stärkeres Pfalz und seine Verbündeten kämpfen. Als dass wir jetzt vielleicht sogar einen Stabilitätseinbruch mitnehmen müssten. Und dann noch mehr aggressive Expansionen wegen dem Bruch der Waffenruhe. Das machen wir nicht. Machen wir es lieber entspannt. Und da ist die doch, die protestantische... Ah gut, schön, dass die bei uns startet. Super, dankeschön. Na ja, das wird jetzt aber ordentlich Reisautorität kosten. Aber gut, wie gesagt, vier Reformen ist nicht ohne. Soll man wirklich nicht glauben. Wahnsinn, sehr stark. So, beobachten wir das auch. Das ist jetzt auch das nächste Szenario, was wir jetzt erleben dürfen. Vor allem wird es interessant, wie sich das auf Österreich auswirkt. Österreich bockstark, dürfen wir nicht unterschätzen. Wen haben sie denn noch als... Ah, eher uns als Verbündete. Und hier unten Provence und Genua. Ja, gut, das sieht zumindest entspannt aus. Ach, der hat viel Anspruch auf französische Provinzen. Wo kommen die denn her? Interessant. Naja. So. Ja, ich würde mich ja eigentlich freuen über den nächsten... Den können wir abberufen, über den nächsten Diplomaten. Dann würde ich einmal quer durch die... Durch die Gegend die Beziehungen verbessern. Das wird jetzt interessant, wenn die ganzen Reichsstädte... Protestantisch werden. Gut, wir werden es jetzt auch gleich merken. Die Frage ist, wie wir... Oh, hier sieht man, schaut mal. Ach cool, hier sieht man, was ich jetzt gerade sehe. Hier sieht man, was ich sehe. Schaut mal, in Ingolstadt sitzt ein Kardinal, in München sitzt ein Kardinal. Kann das sein, wenn ich die Städte oder die Provinzen erobere, wo Kardinäle sitzen, dass ich dann mehr Kardinäle habe? Lass ich mal so stehen. Lass ich mal so stehen. Als Frage dürft ihr gerne... Wow, wow, in Italien ist die Hölle los. Dürft ihr gerne mal reinhauen. Sehr spannend. Und was bringt es, wenn da ein Kardinal drin sitzt? Gucken wir doch mal. Ist jetzt hier kein Bonus? Ist jetzt steht jetzt nicht hier irgendwie so Sitz des Kardinals? Oberbayern. Ne, ne, sieht man nicht. Sieht man nichts. Naja, lassen wir es mal so stehen. Mhm. Wir nehmen die ganze Armee, wir gehen nach München und drillen die ganze Armee. Dann kommen wir doch ein bisschen voran. So, und ich habe versprochen, eine zweite noch, Kanone, das brauchen wir. So, da haben wir doch einen Krieg. Da haben wir doch einen Krieg. Die Pfalz. So. Oh, Unabhängigkeit garantiert von Böhmen. Ganz schlecht. Im Krieg mit Nassau, Baden-Frankfurt und Lothring. Das ist ganz schlecht jetzt. Die Unabhängigkeit garantiert von Böhmen. Ähm, ne, ich habe leider nicht so viel Geld übrig. Tut mir leid, nehme ich das Prestige. So. Ich nehme den Kollege raus. Wir machen... Kann, äh, Böhmen... Äh, wir machen es anders. Wir machen es dann doch. Wir machen es dann doch wie gerufen. Ähm, wir gehen dann doch den Krieg mit Ansbach kurz ein. Ich glaube, Böhmen garantiert Pfälzer Unabhängigkeit aufgrund dessen, weil sie eine Nachbarprovinz haben. Kann das sein? Das ist nämlich jetzt hier tödlich. Kann man das nicht... Können wir nicht. Wir können nicht warten und hoffen, dass Böhmen das mal auflöst. Brandenburg macht mit gegen Pfalz und Würzburg. Und Rotenburg wünsche ich das sogar. Wir dürfen ja sowieso nichts nehmen. Wir dürfen ja sowieso nichts nehmen. Das heißt, wir können Rotenburg mal mitziehen in dem Krieg. Durch Landversprechungen. Wir machen den schnell und schmerzlos. Versuchen den auch mit so wenig Verschleiß wie möglich über die Bühne zu bringen. So. Ja, die nehmen wir mit. Die florentinische Schule. Obwohl ein Prestige. Wir haben so viel. Was soll ich? Ja. Diesmal spare ich sie mir. Diesmal spare ich sie mir. Ich will mal schauen, ob wir noch Rekruten aufbauen oder abbauen durch die Belagerung. Aber wir bauen ab. Ist eigentlich nicht so prickelnd. So. Versuchen wir es schnell und schmerzlos zu machen. Vielleicht kriegen wir ja die Oberpfalz. Da müssen wir Rotenburg zwar Ansbach geben, aber das macht auch nichts. Macht sie ein bisschen stärker als Verbündeten. Können wir uns immer noch holen. Ja, das will ich eigentlich nicht. Wo kriege ich Rekrutenreserve her, Leute? Wo kriegen wir die Rekruten? Wir müssen schon wieder Technik machen. Auch unser Herrscher ist wirklich so armselig. Das ist ein bisschen schade. Hätten wir da vielleicht ein bisschen mehr Power. Wäre das echt entspannter. So, gleich sind es dann zehn Jahre bis zum Kriegsgrundende. Dann müssen wir auch schauen, dass wir vielleicht hier... Wir haben doch hier eine Plus-Eins-Belagerungsspezie drin. Nimm ihn doch rein, Bergi. Wenn du ihn doch hast... Jetzt lass es laufen. Sind wir noch nicht durch. Wer muss denn hier rein? So. Jetzt hätte ich auch die Kanone eigentlich nehmen sollen. Also. Lassen wir mal so stehen. Es geht besser. Wir wissen es. Jetzt haben wir es aber, oder? Ne, noch nicht. Ich muss wirklich ein bisschen auf... Zu viel will ich nicht nehmen. Na, wir kriegen das schon. Warte, falls ihr zwei Kriege immer noch hier haben. Oh, jetzt haben wir aber wirklich Männer verloren. So, sechs, sieben. Okay. Das geht noch nicht. Dann gehen wir da hin. Aber... Nehmen wir die Pferde raus. Nur 4.000 schicke ich da drauf. Dass es halt nur vorwärts geht. Gut. Ja, jetzt haben wir 96. Österreich gegen Frankreich. Oh Gott, ganz gut, dass wir im Krieg sind. Frankreich ist verbündet mit Kirchenstaat. Oh, Österreich. Ach so, habe ich beim Kirchenstaat eigentlich wieder aufgebaut? Ja. Da könnte man nochmal ein bisschen aufbauen. Dann Böhmen, bitte. Mal die Ansprüche durchdrücken. Ich weiß, ich kann mir keinen Krieg gegen Böhmen leisten, aber... Wir können es ja mal so stehen lassen. So. Sieht sehr gut aus. Auch die Pfalz ist... Oh, da ist die Pfalz. Da ist die Pfalz. Haben die unser Münchner Logo da drin gehabt? München hatten wir doch diesen... Ich weiß ja gar nicht gesehen, was es war. War es ein Löwe? Ich glaube, es war ein Löwe. So, Moral nochmal mitnehmen, bitte. 6, 7. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, wir bauen auf. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt, dass wir die... So. Sehr schick. Dass wir uns ein bisschen das beibehalten, was wir uns hier aufbauen. An Mannstärke. Dass wir nicht alles herschenken, ne? Da kommt Bayreuth. So. Ähm. Haben die einen Tower stehen? Tatsache. Auf den verzichte ich dann auf den Tower in Bayreuth. Das kann... So, Würzburg geht raus. Machen wir gleich. Wie sieht es aus mit... Die Pfalz müssen wir eigentlich... Na komm. Von nichts kommt nichts. Okay. Oh, die Pfalz verhält sich natürlich relativ entspannt, so wie ich das sehe. Kommt auch nicht so richtig aus den Pötten. Jetzt kommen sie nochmal zu uns, wie ich das ausschaut. Nö. Das ist Würzburg nochmal. Würzburg können wir eigentlich mit finanziellen Entlassungen rausnehmen. Da ist schon mal ein bisschen weniger los. Kriegsreparation. Lassen wir da ein Bündnis raus. Nehmen wir das mal aus Ansbach. Wenn wir Ansbach sowieso auflösen. Bringt uns ja nochmal ein Prestige. Und die Pfalz. Ah, die Pfalz mal lieber nicht. Da könnte ich nochmal... Hessen. So. So. Spannend. Fünf haben wir schon. Vielleicht kriegen wir Bayreuth gleich raus. Weil wir sind schon ein Jahr drüber. Ach, Bayreuth ist ein Basal von Ansbach. Oh, das hätten wir gar nicht gebraucht. Wie kommt Brandenburg voran? Jetzt hängt alles ein bisschen an Brandenburg. Die haben sich auch noch was geholt. Hier die Pfälzer. Durlach. Karlsruhe. Hm, hm, hm. So. Sehr schön. So. Haben wir es fast geschafft ohne einen... Ohne eine Schlacht und fast keine Verluste an Männer. Diesen Krieg voranzutreiben. Jetzt wird es nur noch spannend, wie weit wir Friedensverhandlungen haben. Oder die Waffenruhe. Die ist entscheidend. Oh, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Das sieht nicht aus Versehen. Das wird sich erledigt. Wenn ich doch noch hier in die Schlacht reingezogen werde. So. Ja komm, wir stellen uns kurz mit drauf. Die 2.000, 3.000 Mann kann ich investieren. Das kann ich leider nicht investieren. Dafür ist es herrscherisch schwach. So. Dann kommen wir hier auch durch. Und dann ist das schick. Okay, falls... Herzliche große Frage, ne? Hm, hm. Kriege ich sie gleich in die PU? Ich glaube nicht. Weil es nicht der... Es muss schon der Kriegsgrund sein für die PU. Ansonsten kriegst du es nicht rein. Pfalz. Frieden verhandeln. Oh, ich kriege die Oberpfalz ohne aggressive Expansion. So. Dieses Abkommen führt zu einem Waffenstillstand bis zum 1. Juni 1505. Perfekt, Leute. Perfekt. Da haben wir es doch. Genau das war doch der Plan. Dann lösen wir hier bei dir bitte mal... Hm. Die Stärken. Das Mainzer Bündnis löse ich auf. Das Würzburger Bündnis lösen. Ja, hoffentlich kriegt er keine neuen. Wir gucken mal kurz. Oh, jetzt bis 1507. Ah, hier sieht man. Okay, die Bündnisse müssen wir drin lassen. Erniedrigen können wir sie. Kriegsreparation holen. Und Geld. Ne. Bis wo geht's? 84. Okay. Gut. Keine aggressive Expansion. Ah, einzig. Ich glaube, Rotenburg ist ein bisschen sauer dann. Wir gucken gleich. So. Nehmen wir Oberbayern. Waffenruhe mit der Pfalz. Ah. Der Mann ist nicht so schlau. Klar. Ich hätte uns auch kein Geld nehmen dürfen. Ja. Soviel dazu zur PU. Soviel zum Thema PU. Ne. Ich hätte jetzt. Das war jetzt blöd. Ich hätte nicht erniedrigen dürfen. Und ich hätte keine Ländereien nehmen dürfen. Gut. Ist aber. Ist wäre schön gewesen es zu haben. Die andere Frage ist. Die andere Frage ist. Sie garantieren immer noch unabhängig. Hätte sich aber auch wahrscheinlich in 10 Jahren aufgelöst. Gut. Halb so wild. Nicht so schlimm. Jetzt haben wir es doch so genommen. Und dann machen wir hier mit Ansbach noch Nägel mit Köpfen. Was soll ich machen? Jetzt ist es passiert. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Das gibt jetzt Koalition. Und das gibt auch Koalition. Ja. Lassen wir das raus. Wir können es versuchen zu Vasalisieren. Bayerischer Vasal. Ja. Oh. Bayerischer Vasal. 52. Minus 7. Und da rutschen viele auf 52. Also August. Ich könnte nochmal warten. Ein Jahr. Ich habe aber keinen. Doch. Diplorep geht auch noch ein bisschen. Sollen wir es mal abwarten. Sollen wir dann. Was ist denn wenn ich jetzt. Ansbach zum Bayerischen Vasal mache. Nehme ich denn auch Bayreuth mit? Das ist die große Frage. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an. Wir gehen mal nach Ingolstadt. Weil die sind ja in der PU. Die müssen ja dann auch zu mir fallen. Warten mal kurz. Ah. Böhmen ist runtergefallen. Ah. Jetzt schaut mal. Jetzt hat es aufgelöst. Dadurch dass wir die Oberpfalz genommen haben. Ist die Unabhängigkeitsgarantie von Böhmen jetzt auch von der Pfalz weggefallen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber jetzt ist es passiert. Ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Man sollte dann schon ein bisschen aufpassen. Klar. Aber. Es ist ja nicht so dass wir nichts gewonnen haben. Dann müssen wir es halt so erobern. Vielleicht haben wir ja noch mal die Option sowas in die PU mäßig zu erobern. Schauen wir mal. Letztes Mandat ein. Resistenz gegen die Reformation. Plus 50%. Ne. Ich gebe da jetzt nichts aus. Ist es wie es ist. Wenn es jetzt hier protestantisch wird in Deutschland ist es so. Da endet jetzt auch nichts. Unsere 50 administrative Macht zu verschwenden. So. Ich weiß. Friedensangebot. Dezember. Salzburg kann ich jetzt schon wieder zurück reformieren. Das ist ja kurios. Hm. Hm. Interessant. Lassen wir mal so stehen. Das können wir schon mal integrieren. Das können wir schon mal forschen. Ja. Dann würde ich sagen. Da haben wir den 1. Januar. Wie schaut es dann aus? Wenigstens einen kleinen Wermutstropfen wäre nicht verkehrt. So. Bayerischer Ansbach wird ein Untertan. Ja. Mit den dreien kann ich leben. Dann schauen wir doch mal. Es ist ja auch vieles immer so ein bisschen auch immer neu entdecken. Auch wenn man schon tausende Spielstunden in EU4 hat. Gucken wir mal wie das ist. Wenn ich mir jetzt. Ich nehme jetzt Ansbach als Vasal. Habe ich denn Bayreuth gleich mit drin? Oder wie ist das? Ich denke noch Geld. Bayreuth muss ich extra nehmen. So wie es aussieht. Ja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Unabhängig. Alles klar. Und Ansbach ist Vasal. Wuppala. Und gleich der nächste Krieg. Naja. Zumindest bloß gegen den Papst. Was soll's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Euer Bergi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.